Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute nochmal ein Update zur ewigen LED. Wer sich das Video noch nicht angeguckt hat, sollte es sich auf meinem Kanal nochmal angucken. Und zwar habe ich da zwei Monozellen genommen und daran eine LED angeschlossen und geguckt, wie lange das Ganze brennt. Ja, und dazu gibt es ein Update, denn da ist einiges passiert. Es gab einen Ausfall, also los geht's. Wie wir hier schon auf den Batterien lesen können, wurde diese LED am 27.05. eingeschaltet und es war eigentlich auch beabsichtigt, dass diese, bevor die LED kaputt geht oder die Batterien leer gehen, nicht mehr ausgeschaltet wird. Doch da ist was Deutliches dazwischen gekommen. Denn am 22.06. wies die LED einen mechanischen Defekt auf. Also die Leuchtdiode, sie war nicht elektrisch defekt, sie war allerdings in der Mitte durchgebrochen. Sie wurde wohl bewegt und ist da irgendwie kaputt. Ja, und dann blieb diese LED bis zum heutigen Tag für sechs Wochen ausgeschaltet. Und heute hatte ich dann wieder Zeit, Lust und auch wieder so eine LED gefunden, um das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. Natürlich mit denselben Batterien. Wenn wir uns das angucken, sehen wir, es ist eine baugleiche Leuchtdiode von so einem LED-Streifen, wie auch beim letzten Mal die, die kaputt gegangen ist. Sie ist wirklich baugleich, bloß ich musste halt erstmal eine finden, dann hatte ich keine Zeit, dann nicht so richtig Lust. Und so sind dann die sechs Wochen Ausfall zusammengekommen. Zumindest diese Batterien haben jetzt schon damals 26 Tage diese LED betrieben. Und ab heute, dem 4.08.2020, läuft diese LED dann auch wieder. Das heißt, zu dem Datum, ich werde natürlich wieder ein Update machen, wenn sie ausgefallen ist. Da müsst ihr 26 Tage dazu rechnen, denn 26 Tage brannte die schon damals vor sechs Wochen, bevor sie dann ausgefallen ist mit der anderen LED, aber dieselben Batterien. Und jetzt brennt sie wieder ab dem 4.08.2020. Ja, das war mal ein kleines Update zu der LED. Darunter werde ich noch einen Zettel machen mit dem heutigen Datum, dass sie heute wieder an ist. Und ja, das war es dann mal mit dem kleinen Update. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.